happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mit der free fire max und ich weiß aber noch nicht was lasst euch überraschen viel spaß ok wir spielen die erste runde großkopf spiel war naja ok erst dann muss noch klar werden dauert ja auch noch ein bisschen und in den zeitraum kann ich beim würfelschniffer nicht mehr ich weiß leider nicht was der charakter für die fähigkeit hat ich kann eine wand durchschießen glaube ich ist das was klingelt jetzt hier keine zeit das nervt keine zeit auflegen hmm oder ein pilz den wollen wir haben die schießen die auf mich warum schießen die auf der frau das kann doch nicht sein denn Okay. äh äh da hinten einer jawohl schon wieder weg schon wieder weg der ist schon dort das gibt's doch nicht ich hab noch nicht einen schuss gemacht hm 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 keiner hier hm ja hilfe schneller 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 ok ok schnell bregan hm hm ja 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 lä da ja 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 Danke. Das gibt's doch nicht. Ist das eklig. Meine Güte, normal. Der dreht mich auf. Ich glaube, ich drehe einmal Rad. Ich glaube, ich drehe einmal Rad. Ich glaube, ich drehe einmal Rad. Also, von meiner Seite aus war es gar nicht gut. Ich glaube, ich war die schlechteste. Die schlechteste in denen... Es ist ja ein Charakter. Zwei Kills nur. Oh, er hat drei Kills. Der Killer hat drei Kills. Er hat aber 15, er war gut. Na gut. Dann würde ich mal sagen, bis gleich in der nächsten Runde. Okay. Okay. Und es geht los. Die zweite Runde. Ich hoffe, die wird ein bisschen besser. Ach, da ist ein roter... Na, okay. Ich glaube, ich bin sowieso der schlechteste Spieler. Ja, wir gehen erstmal mit den anderen Leuten in die guten Waffen. Und ich nehme die Reste. Nichts. 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 Aber ich möchte eine andere Waffe haben. Super. Vielleicht zwei Schrotflinten. Kann ich mit beiden Schrotflinten rumlaufen? Oh, da leuchtet, da leuchtet etwas. Farms... Oh, nee. Oh, warte mal. Die, die, die nimmt man auch. Ist zwar schneller, aber... Ah, da ist einer oben. Baaah. Was soll ich denn hier hinschießen? Wer hat da geschossen? Wer war das? Wer hat da geschossen? Hm. Hm, gut. Ja, wo... Guck... 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 Wir rennen mal nach oben. Komme ich nicht hoch, sorry. Sorry, Jungshin. Ah, dumm ist einer. Guck... Guck... Hm, hm, hm. Ach, nee, das gibt's doch nicht. Ja, ja, ja. Oh, ein Mist. Jetzt hab ich schon mal so'n großen Kopf. Guck... 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 Hey, lauf doch. Warum läufst du? Ach, scheiße, falsche Tassen. Falsche Tassen! Falsche Tassen! Also, der Hut, der ist ein bisschen nervig. Vor allem, dass da der Kopf ein bisschen größer ist. Guck... 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 Wie ist schon vorbei? Ach, Mensch! Ach, Mensch, Mensch, Mensch! Ach... Wie lange ging die Runde gerade? Sieben Minuten. 4 und 4. 10 und aus. Na gut, na gut! Ich hab nicht mehr gesagt, wir haben ja wieder gewonnen, sehe ich gerade. Aber nicht wegen mir. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, dann will ich mal sagen, das war's für heute ist ein Gedankeschiffes zu schauen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mal nächste Mal sind. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao!